It's music only, energy Okay, also der Vlog ist wieder da, das ist total aufregend. Und wir wollten uns jetzt eigentlich einen schönen Kinoabend machen, hier beim ersten Vlog der Neuzeit. Und wir müssen leider wieder feststellen, dass Berlin einfach total verkommen ist und total laut. Das ist total nervt. Das ist schon wie New York. Und überall ist es dreckig. Es ist einfach dreckig. Alles ist beschmiert. Hier, guckt mal. Guckt euch doch mal an dieser Mist. Was soll denn das? Ist hier einfach auf die Straße gesprüht. Es ist unfassbar. Dann geht's wieder zurück nach Wanner Eickel. Ich glaube, da ist schöner. Tschüss. Bei einem gefilmtes Material gefundenen Film ist es natürlich besonders witzig, dass wir jetzt auch gefilmtes Material gefunden haben. Adam und Alex, please go over there. Stell in front of the thing. You, stell in front of the thing. Like a child. Peter ist verholt. Peter ist verholt. The camera child. The camera child. The camera child. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Und wir posten so. Und ich werde noch aus dem Film editieren. Und es wird großartig sein. Ja. Und wir sind fast alle schwarzen. Wir sind. Das ist was wir machen. Okay. Let's cross my arms. Ich weiß nicht, ob wir? Ja. Das ist wirklich nichts. Jetzt ist der Koniekal Stand. Na, da ist ein Ding. Das ist ein Ding. Alex, was machst du? Was machst du Alex? Super knapp. Danke. Das ist nicht scheiße. Wir sind so sozial. Da weiß ich eigentlich jetzt schon, dass ich das rausschneiden muss. Das ist eigentlich schade drum. Aber eigentlich müsste ich auch erklären, worum es ging. Aber ihr habt jetzt nur noch Asi gehört und so. Mach das aus. Das machen wir aus und das können wir nicht bringen. Mach sonst was kaputt. Mann, habe ich mir eine echt gute Woche ausgesucht, um mit dem Vlog wieder zu starten. Kannst du das wieder löschen, meine Entgleisung? Ja, wird gelöscht, kein Problem. Ja, danke. Das ist very awesome. So. Wink einmal in die Kamera. Wink mal einmal. Aber ich habe Filmen gar nicht angefragt. Nee, ich filme auch nicht. Du bist so ein Arsch wie er. Was macht denn da, Anna? Ich versuche gerade auf A5 zu drucken im Querformat. Das ist gar nicht mal so einfach. Das ist Hochformat. Das ist A5 auf A4. Und unser Drucker ist ein Arsch. Hier, ja? Falsches Papierfach. Irgendjemand vor 1. Juhu. Juhu. Der Bastian Halligalli hat's bekommen. Das sind die Antworten und die Fragen für die 1982-Shop-Eröffnung morgen. Schnell wieder weg. Kameratest 1. Weißabgleich. So, machen wir mal mit Beleuchtung, ne? Ist vielleicht auch besser. Meine, da ist ja auch eine Lampe dran und it has automatic ISO, you know? Also, wenn's zu dunkel ist, dann geht auch ein Licht an. Toll, ne? Was passiert jetzt gleich? Was passiert jetzt gleich? Jetzt kommen vier junge Männer. Jason Biggs kommt, Sean William Scott kommt, Chris Klein kommt und Eddie K. Thomas. Das sind vier der Hauptdarsteller aus American Pie. Und die sind hier, um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, möchte ich nicht sagen, weil das so abgedroschend klingt. Ja, und wir dürfen das mitfilmen und das tun wir auch. Also, Geli filmt mit. Schwenk auf dich selbst. Breathe, breathe. You shouldn't do a show out of breath. The client? So, I've met Sean a couple of times, I've met Jason a couple of times, but I've only seen you guys on something called... I've never met you. What's your favorite swear word in any language? Ie-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y. Did I still say balls there? Kind of. Eien! 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 Balls. Balls ist so beleidig. Balls ist mein Lieferungswort. Based on your Lieferung, Christ. Fuck. 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 Wir sagen fuck. For fuck to mich, we sagen scheiße. Fuck! Scheiße! 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 Oh, es ist okay. Ich wollte nur sagen, fuck! Fuck! Das ist ein Klassiker. Das ist ein guter. Das finde ich scheiße. Hey, Vlog! Wir schalten rüber zum Bearhug-Video. Was? Das ist ein Klassiker. Na, auf jeden Fall, am ich schon? Das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. Wir sind in der Haube. Komm wir, Vlog! Willkommen zu Hause! Ja! Willkommen zu Hause! Verweilen wir uns! Ja! Willkommen zu Hause! Ja! Ja! Kannst du das noch ein bisschen dekorieren, dann so auf Teller oder so? Du wirst ja nicht einfach so da hinlegen, oder? Das ist dein Ernst, oder? Zum Abschied hat uns nämlich Sophie ein bisschen Süßigkeiten mitgemacht. Ja! Nächste Woche und bringe ich aber Kuchen mit, weil ich das jetzt geschafft habe. Ja, hab ich ja auch schon gesagt. Wie viel steht da drauf? Alter Schwede! Bist du verrückt? Oh Gott! Du bist ja crazy! Aber dann bringst du nächste Woche bitte Kuchen mit mir. Hast du schon gesagt? Sehr gut! Da ist so der Tisch, da kannst du doch mal hin. Der Vlog zu Gast in der Hafenbar und Stefan Rupp singt. Oh, oh, oh. Er hat das jetzt vorgemacht. Das wollen wir gleich nochmal. Ja. Musst du da wirklich hingucken? Ja, da muss ich hingucken. Wirklich? Immer noch. Immer noch? Es war schon dunkel, sich durch Vorstadtstraßen ein ganz ging. hier wieder nach mir damit знаком. Nur ist einfach für Trägeruch. Ja! Wirklich? Sajtsen, dann. Wirklich? G� uma. Help me if you count in this town And I do appreciate you being around Help me if I'll keep back on the ground Won't you please help me? It's music only, energy